Hey Dodo! Beginnt mit zweimal Cessor Step. Wir beginnen mit rechts. Seit, ran, cross, halten. Seit, ran, cross, halten. Dann kommen zwei Step Locks nach vorne mit dem Hold. Step Lock, Step Hold, Step Lock, Step Hold. Gut, können wir schon mal zusammen machen, denke ich. 7, 8, seit, ran, cross, halten. Seit, ran, cross, halten. Step Lock, Step Hold, Step Hold, Step Lock, Step Hold. Jetzt kommen vier Kicks mit Schritten zurück. Wir haben es damals so gelernt, was wir da bei den Ender auf den Rücken tun. Ich werde das jetzt auch machen. Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt. Dann haben wir am Anfang, am Ende, Gewicht auf dem linken Bein oder linken Blut. Okay, ich denke, da kriegen wir auch so dran. 7, 8, seit, ran, cross, halten. Seit, ran, cross, halten. Step Lock, Step Hold, Step Lock, Step Hold. Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt. Jetzt kommt so ein bisschen Cross Rock. So, Cross Rock, Schritt, Cross Rock, Schritt. Ich habe damals mehr nach vorne gelernt, aber so steht es in der Beschreibung. Okay, wir hängen das mal dran. 7, 8, seit, ran, cross, halten. Seit, ran, cross, halten. Step Lock, Step, halten. Step Lock, Step, halten. Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt. Cross Rock, Schritt vor. Cross Rock, Schritt vor. Jetzt machen wir einen Great Time mit dem Tipp nach rechts. Also, Seit, Behind, Seit, Tip. Jetzt kommt Heel, Hoch, Heel, Hold. Das gleiche machen wir auch links, deshalb hänge ich da direkt schon dran. Seit, Behind, Seit, Tip, Heel, Hoch, Heel, Hold. So, jetzt komme ich mal nochmal ein bisschen runter. Wir machen jetzt nur den Great Time. 7, 8, Grape, Wein, rechts, Tipp, Heel, Klatschen, Heel, Hold. Seit, Behind, Seit, Tip, Heel, Klatschen, Heel, Hold. Ich denke, da kriegen wir schon dran, ne? Von Anfang bitte. 7, 8, Seit, Rand, Cross, halten. Seit, Rand, Cross, halten. Step Lock, Step, halten. Step Lock, Step, halten. Kick, Schritt, Kick, Schritt. Kick, Schritt, Kick, Schritt. Cross Rock, Schritt, halten. Cross Rock, Schritt, halten. Seit, Behind, Seit, Kick, Heel, Klatschen, Heel, Hold. Seit, Behind, Seit, Kick, Heel, Klatschen, Heel, Hold. Gut. Wir machen jetzt nochmal. 7, 8, und Seit, Rand, Cross. Seit, Rand, Cross. Step Lock, Step. Step Lock, Step. Kick, Schritt, Kick, Schritt. Kick, Schritt, Kick, Schritt. Cross Rock, Schritt. Cross Rock, Schritt. Seit, Behind, Seit, Kick, Heel, Klatschen, Heel, Hold. Keel, Side, Behind, Seit, Kick, Heel, Klatschen, Heel. Jetzt kommt ein Rocking Chair und dann Step Halbe, Hitch, Step Viertel, Hitch. Würde ich gerne einmal vormachen, bevor ihr schon mitübt. Und zwar Rock, Step, Back, Rock, Schritt Halbe, Schritt Viertel. Ja? Okay, zusammen. Wir machen ganz langsam. Ich hoffe nur, dass wir nicht umfallen. 7, 8, und zwar Rock, Step, Back, Rock. Schritt Halbe, Viertel, Hitch. Ja? Okay, nochmal. Wir machen ganz langsam. 7, 8, Rock, Step, Back, Rock. Schritt Halbe, Schritt Viertel. Okay, dort hängen wir mal dran. 7, 8, und seit, ran, Cross, halten. Seit, ran, Cross, halten. Step, Lock, Step, halten. Step, Lock, Step, halten. Kick, Rück, Kick, Rück, Kick, Rück, Kick, Rück. Cross, Rock, Schritt. Cross, Rock, Schritt. Side, behind, Side, Kick, Kiel, Hoch, Kick, Halten. Side, behind, Side, Kick, Kiel, Hoch, Kick, Halten. Rock, Step, Back, Rock, Step, Halbe, Step, Viertel. So, jetzt kommen wir schon zum letzten Päckchen. Und zwar machen wir einen Grapewein nach rechts mit dem Hitch und einen Grapewein nach links mit dem Hitch. 7, 8, Grapewein rechts, Hitch. Grapewein links, Hitch. Das war es schon. Aus dem Hitch quasi gehen wir dann nachher wieder in den Scissor-Step. Wir machen mal Anfang. 7, 8, seit, ran, Cross, halten. Seit, ran, Cross, halten. Step, Lock, Step, halten. Step, Lock, Step, halten. Kick, Schritt, Kick, Schritt. Kick, Schritt, Kick, Schritt. Cross, Rock, Schritt, halten. Cross, Schritt, halten. Side, behind, Side, Kick, Kiel, Klatschen, Kiel, halten. Side, behind, Side, Kick, Kiel, Klatschen, Kiel, halten. Rock, Step, Back, Rock, Schritt, Halbe, Schritt, Viertel, Grapewein rechts, Hitch, Grapewein links, Hitch. Das muss ich auch mal aufmachen, so langsam wird es nicht warm. Wir haben rechts gehitscht und machen jetzt die zweite Wand. 7, 8, seit, ran, Cross, halten. Seit, ran, Cross, halten. Step, Lock, Step, Lock, Step, halten. Step, Lock, Step. Jetzt gehen wir zurück. Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Cross, Rock, Schritt, Cross, Rock, Schritt. Und Grape an dem Tipp. Grape, rechts, Tipp, Heel, hoch, Heel, Grapewein links, Tipp, Heel, Klatschen, Heel, Rocking Chair. Step, Halbe, Step, Viertel. Step, Halbe, Step, Viertel. Grapewein rechts, Hitch, Grapewein links, Hitch. Okay, nochmal eine zweite und versuchen dann mal in die dritte reinzugehen. 7, 8, seit, ran, Cross, seit, ran, Cross. Step, Lock, Step, Step, Lock, Step, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Cross, Rock, Schritt, Cross, Rock, Schritt. Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt. Rock, Schritt, Rock, Schritt, Rock, Schritt, Grapewein rechts, Tipp, Heel, Klatschen, Heel, Grapewein links, Tipp, Heel, Klatschen, Heel, Rock, Step, Back, Rock, Schritt, Halbe, Schritt, Wirkel, Grapewein rechts, Hitch. Und dann wieder, beim Anfang wieder. Seit, ran, Cross, seit, ran, Cross, Step, Lock, Step, Step, Lock, Step, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Cross, Rock, Schritt, Cross, Rock, Schritt. Grapewein rechts, Tipp, Heel, Klatschen, Heel, Grapewein links, Tipp, Heel, Klatschen, Heel. Rock, Step, Back, Rock, Schritt, Halbe, Schritt, Viertel, Grapewein rechts, Hitch, Heel, Grapewein links, Hitch. Gut. Ich denke, wir probieren das einfach mal. Ich hoffe, es klappt. Ihr habt keine Brücke und kein Re-Start. Das war's.